Ja, dann möchte ich auch schon gerne, nein, ich möchte nicht, ich leite über zu unserem finalen Sprecher heute vor der interaktiven Gesprächsrunde und bitte Hans-Peter Klausner, Hans Pult, oh was für Pult, haben wir kein Pult, brauchst du ein Pult, Hans-Jürgen, Entschuldigung. Sein Computer? Aufmerksamkeit? Ja, schönen guten Abend, Sie machen mich ganz nervös, plötzlich bin ich doch schneller dran, als ich mir vorgestellt habe. Meine letzte öffentliche Rede habe ich genau vor acht Jahren gehalten, auch als Schlussredner in Baden-Baden. Dort hat mein Vorredner auch eine halbe Stunde überzogen, da konnte ich ein bisschen Luft holen. Aber als ich meinen Vortrag fertig hatte, ich hatte auch nur 15 Minuten Zeit, im Saal waren lauter Diplomaten, Handelsattachés, wichtige Herren. Es war einer der teuersten Businessclubs in Deutschland, der mich noch als Redner reingeladen hat, dann haben sie mich am Schluss umringt. Und der Vorredner hat gesagt, der hat eine Rede gehalten über Stiftungen, werden in Zukunft das ganze Geld einsammeln. Da kam er zu mir und hat gesagt, jetzt weiß ich, wofür ich das Geld einsammle, nämlich damit Sie Ihre Idee umsetzen können. Also wenn heute auch jemand da ist, der am Schluss das ganze Geld der Welt einsammelt, damit wir das umsetzen können, dann danke ich für den Mut. Und dann habe ich die acht Jahre Pause, die ich jetzt hinter mir habe, eigentlich doch nicht verschlafen. Oder Sie haben nichts verpasst. Gut, ich habe mal 96 begonnen, nachdem ich ein Buch geschrieben habe, Humanwirtschaft. Ich habe es noch hier, das ist die zweite Version. Ich habe ziemlich viel verkauft und verschenkt an meinen Seminaren. Ich habe immer Wochenende-Seminare gehalten. Oder auch solche Veranstaltungen von Berlin über Wien, Graz, in Zürich, in Basel, in Bern, überall. Von 96 bis 205. Die Banken haben Panik bekommen, weil ich auch immer sehr schnell sehr viel Geld gesammelt habe. Ich war mein ganzes Leben Unternehmer. Ich komme aus einer Schweizer Unternehmerfamilie. Meinen Namen Hans-Jürgen Klausner habe ich noch nicht an die Tafel geschrieben, aber der kommt noch. Und ich hätte damals als junger Zögling einer großen Familie in der Schweiz eine Firma mit 6000 Leuten übernehmen sollen. Und habe mir schon ab 14, 15 Jahren die Frage gestellt, wie verkaufe ich die Produkte dieser Firma, wenn eines Tages der Markt gesättigt ist. Weil ich habe immer Wachstumszahlen um mich herum gehört von 10%, 15%. Das war in den 70er Jahren noch üblich. Ich bin heute etwas älter als eben damals, da war ich 44 Jahre, als ich das Buch geschrieben habe. Und mit 15 Jahren habe ich mich schon darauf fokussiert. Verkaufen in gesättigten Märkten. Und das ist diese Theorie, die ich Ihnen hier vorstelle. Das ist das erste Wirtschaftsbuch. Können Sie Professoren wie Hörmann und Co. fragen. Es gibt keine Wirtschaftstheorie für gesättigte Märkte. Der Kapitalismus ist eine Mangelbeseitigungstheorie. Und darum haben wir heute die Probleme. Auch die ganze Gesetzeslage ist auf Wachstum, Wachstum, Zins und so weiter. Vor allem auf Mangel und auf Angst aufgebaut. Und wir erleben heute eine Welt in Armut, obwohl wir alles im Überfluss haben. 200% Nahrungsmittelproduktion, technische Güter genauso. Häuser, Wohnungen, das bräuchte nirgends einen Mangel geben. Auf der ganzen Welt könnten wir 10 Milliarden Menschen mit allem versorgen. Also es ist eine Riesenarbeit, die sich hier unsere Regierungen und unser System erlaubt, um uns im Mangel und in Angst zu halten. Aber das ist ja das Regierungskonzept dieser kapitalistischen Bankenwelt. Und diese Bankenwelt ist dafür verantwortlich, weil die kann nur Geld verdienen, wenn wir immer Schulden machen. Und in diesem Schuldenkarussell ist das logische Ende wie im Kommunismus die Pleite. Und um aus dieser rauszusteigen, habe ich mir also damals schon Fragen gestellt. Wirtschaften in gesetzigten Märkten braucht doch eine andere Theorie. Und ich habe mit 19 Jahren in der Schule selbst inszeniert, dieses Buch soll gelesen werden. Das ist das Handelsrechtsbuch der Schweiz. Und da kommt auf Seite 6, irgendwo 360, der schöne Satz vor. Unter dem Titel Zinsvorschrift steht, wer Geld verleiht, hat das Recht, Zinsen zu verlangen. Der Zins ist mindestens 5% beim Darlehen. Und wenn er eine Sparkasse ist, man hat bewusst das Wort Bank weggelassen, dann braucht er mit Ihnen nicht mal einen Vertrag zu machen. Sie sind immer zinstributpflichtig. Er hat es bei mir geklickt und hat gesagt, das ist genial. In gesetzigten Märkten brauchen wir genau dieses Gesetz. Also kopieren wir das Bankensystem. Und dann geht es uns allen hervorragend. Irgendwo habe ich noch eine Flasche hingestellt. So, als ich 1996 begonnen habe und 2005 zum zweiten Mal von den Nationalbanken gebremst wurde, in dem sie mir meine Organisationen mit über 900 Mitgliedern, Genossenschafter, die viel Geld gesammelt haben, dass ich meine Ideen und mein Buch umsetzen kann. Es waren über 8 Millionen. Wir hatten tolle Seminarhäuser in Wien, in Zürich, in München. Und dann habe ich mir gesagt, entweder bin ich 100 Jahre zu früh oder mich versteht keiner. Und dann habe ich erst vor zwei Jahren durch den Herrn Professor Hörmann, er wurde mir empfohlen, das gäbe jetzt einen Professor, der das Gleiche jetzt erzählt, was ich hier schon geschrieben habe, vor 20 Jahren. Dann habe ich gedacht, ja, 100 Jahre brauche ich vielleicht doch nicht warten. Ich gehe mal zu dem Herrn Hörmann und frage, ob er mit mir zusammen eine Partei gründen würde. Hat er ja gesagt. Haben wir gegründet. An der Gründungsversammlung oder kurz danach kam ein Medium zu uns und hat mir gesagt, lieber Hans-Jürgen, du brauchst den Leuten gar nichts mehr über deine Theorie erzählen. Sie haben dich zehn Jahre vorher nicht verstanden. Sie werden dich auch heute nicht verstehen. Ausser, du gibst ihnen Kristallwasser zu trinken. Damit reinigst du ihre Vergiftungen, vor allem im Gehirn. Und sie werden dich verstehen. Das Glas hier ist leer oder der Bierkrug. Dieses Elixier kam mir also jetzt zu Hilfe oder wird Ihnen zu Hilfe kommen, das alles besser zu verstehen, was ich Ihnen kurz erläutern möchte. Aber dass Sie das Produkt ja noch nicht kennen, vielleicht werden Sie das in Zukunft geniessen. Pardon. Und dann diese Informationen nicht nur verstehen, sondern den Mut haben, es mit mir umzusetzen. Wer ist hier innen, drinnen bereit, eine Partei zu gründen? Na, ich muss es so sagen. Eine Partei mit einem Programm, das keine andere Partei hat. Nämlich, es gibt keine Partei, die ein Wirtschaftsprogramm hat und die eine Geldschöpfungstechnik beherrscht, um sich aus den Banken freizukaufen. Also aus sämtlichen Hypotheken, aus sämtlichen Altlasten der Banken zu befreien, ins Parlament einzuziehen und zu sagen, wir sind jetzt die Mehrheit und wir brauchen euch alle nicht mehr. Wer ist dafür, dass wir das machen? Gut. Sehr schön. Danke Ihnen. Das motiviert mich schon. Und ich habe in diesen 20 Jahren viel Software entwickeln lassen. Ich komme aus einer Computerbranche auf und habe als Symbol immer dieses WEG gehabt und ich habe keinen Grund, es nicht weiterhin zu benutzen. Es gibt hier im Saal zwei Leute, die mich kennen aus der Zeit. Ich freue mich, dass die da sind. Und dieses Symbol mit den drei Ähren soll auch weltweiter Wohlstand bedeuten, weil WEG nicht nur damals unsere Genossenschaft war, Werteerhaltungsgenossenschaft, sondern es heisst Welteinheitsgeld. Und vorher haben Sie das Symbol Euro gesehen mit dem Weg drin. Nicht, dass Sie das missverstehen, dass jetzt hier Brüssel spricht und Ihnen erklären will, warum Sie den Chip brauchen und warum Sie diese Kreditkarten. Und das ist genau das Gegenteil, was ich Ihnen vorschlage. Sie müssen unterscheiden können, ein Computer und auch eine Software ist eigentlich was Neutrales. Es kommt immer darauf an, wer die Programmierung für welchen Zweck wie manipuliert. Und Software, ich komme aus einer Rüstungsindustrie auch, ich weiss, wie man Software 100% sicher macht, dass es kein Hacker und kein Absturzgefahr ist. Also alle diese Ängste, die man Ihnen hier einredet, euch ja nicht auf etwas einzulassen, das einer vorschlägt wie der Klausner da mit dem Computersystem. Das sind Fallgruben, in die Sie bitte nicht hineinfallen sollten, ja? Weil der Computer ist Ihre schlussendliche Befreiung. Nehmen wir einen Schluck, ist alles. Sie haben vorher aufgestreckt und gesagt, Sie sind bereit, diese Partei zu unterstützen. Eine Partei ohne Geld ist sinnlos. Ich habe mir damals an meinem ersten Vortrag, 96, also nein, am 26. Februar 97 war es genau, ich mache immer Businesspläne, wenn ich etwas umsetzen will. Da habe ich gesagt, wir fangen an mit 100.000 Mitgliedern und jeder zahlt mal 300 Franken. Dann kommt in der Pause jemand zu mir und sagt, Herr Klaus, noch phänomenal, schon der Name Weg ist gut. Wie viel Geld haben Sie gesagt, brauchen Sie? Da habe ich gesagt, wenn Sie schnell gerechnet haben, sind 100.000 mal 330 Millionen. Seine Antwort war, die gebe ich Ihnen. Und wenn ich das meinen Freunden erzähle, kommt jede Woche einer und will Ihnen 30 Millionen Dollar geben. Ich habe das getestet, das stimmt, ja? Ja, der Mann ist heute noch ein guter Freund von mir und hat auch eine Genossenschaft mit mir gegründet in Basel. So, ich habe mir einen Businessplan gemacht. Nächstes Jahr möchten wir mit 3,8 Millionen, Sie sehen hier die Zahl, mit 10.000 Mitgliedern in Österreich, 2.000 Unternehmer starten. Ein Jahr später sind, glaube ich, Wahlen. In der Schweiz sind es schon nächstes Jahr. Die gleichen Zahlen habe ich für die Schweiz. Was machen wir auch noch? Wir gründen immer Genossenschaften im Hintergrund, die das Ganze wirtschaftlich absegnen können. Oder respektive das Geld geben wir gar nicht unbedingt aus, sondern wir investieren es in Immobilien. Und diese Genossenschaften, die das Geld noch von Sponsoren sammeln, kaufen Immobilien auf dem Konkursamt von Banken zum halben Preis. Und dann haben wir eine Finanzbasis, die auch nach außen relativ eine Sicherheit, zum Beispiel haben wir jetzt dieses Haus gekauft für 300.000, jetzt hat es schon eine Million wert, das ist unsere Parteizentrale. Also, ich fange nichts an umzusetzen, ohne eine finanzielle Grundlage, ohne eigene Immobilien. Ich operiere, ich bin mein ganzes Leben immer in meinem eigenen Haus gewohnt und ich mache nichts aus einer Mietligenschaft oder dass ich auf solche Säle angewiesen bin. Ich möchte eigentlich auch in Zukunft nur noch bei mir meine Filme aufnehmen mit so einem Publikum wie sie und mit Referenten, die nur eigentlich als fachkompetente Autoritäten das beurteilen können, was ich vorschlage. Und dann im Internet, ich hatte noch vor neun Jahren nicht die Möglichkeit über Internet und YouTube und Facebook gab es alles noch nicht, aber kennt mich auch niemand, das so in die Welt zu multiplizieren, wie wir heute die Möglichkeit haben, über Privatfernsehsender in der Schweiz, wie Schweiz 5 TV, mit dem ich sehr intensiv zusammenarbeite, mit solchen Möglichkeiten jetzt ausgestattet. Ist es also möglich, mit einer neuen Partei, mit einem neuen Programm, mit einer eigenen Geldlösung im Parlament mal wieder was zu ändern? Was die Menschen dringend möchten, eben eine neue Politik. Also dieser, was ist Euroweg, ja? Das ist der Euro als Recheneinheit für dieses WEG, was ich als Welteinheitsgeld bezeichne. Das heisst, der Euro wird zwar weggehen als physisches Geld, als Materie. Meine Vorträge hießen früher immer das Entmaterialisieren des Geldes oder das Geheimnis der Geldschöpfung. Und wenn Sie also den Euro nicht mehr als physisches Geld wahrnehmen, sondern nur noch als Buchhaltung, dann nennen wir es eben in unserer Datenbank Euroweg. Und hier der Titel ist noch wichtig, das sogenannte elektronischer Wechsel. Ich kann es auch hier mit der Maus Ihnen zeigen. Sie können es oben lesen. Der elektronische Wechsel ist ein neuer Begriff, den ich gefunden habe zur besseren Erklärung den Unternehmern gegenüber. Ein Unternehmer versteht sofort, was ein Wechsel ist. Ein Wechsel ist ein Zahlungsmittel für Unternehmer in Zeiten grossen Geldmangels. Und damit haben die Unternehmer eigentlich jahrzehntelang, also die letzten 70, 80 Jahre, auch Jugoslawien hat sich nur so am Leben erhalten können, nachdem sie bombardiert wurden, mit sogenannten Wechseln unter den Unternehmern. Das heisst, ein Stück Papier mit allen juristischen Unterschriften, Datum und so weiter, einer Summe und einem Fälligkeitsdatum irgendwann in einem Jahr. Und so lange ist der Wechsel zirkuliert und hat eigentlich das Geld ersetzt, was die Banken uns eben heute nicht geben. Und dann steht im Lexikon, also in Wikipedia steht drin, dass der Wechsel aus der Mode gekommen sei, weil man ihn nicht elektronisch darstellen kann. Ja, wir machen diese Software, wir machen den elektronischen Wechsel als unser Kreditgeld für Unternehmer, aber auch für Sie als Private. Das wird nie ein Papier sein, das ist eben eine elektronische Buchhaltung, die jeder Buchhalter sofort versteht, jeder Unternehmer sofort versteht. Und das, was ich auch in den neun Jahren nach Denkpause entdeckt habe, ich muss immer aus dem neuen System den Rückweg in das Alte offen lassen, dann macht jeder Unternehmer mit. Das heißt also, ich sage Ihnen, ihr habt hier ein neues Kreditpapier, aber ihr könnt es nach einem Jahr zurückwechseln in altes Geld. Dann ist die Blockade weg, die quasi den Leuten heute immer noch, oder als ich ja früher das so vorgeschlagen habe, gesagt, nee, etwas Neues, dass man nicht so sicher sieht, ob es funktioniert, und es nachher nicht zurücktauschen kann, das lehnen wir ab. Aber wenn man den Rückweg zurück ins alte System offen lässt, dann ist dieser blockierende Rückschritt, ist daneben nicht vorhanden. Es ist möglich, jederzeit in eine alte Geldtheorie zurückzuwechseln. Also das habe ich eigentlich auch den Banken abgeschaut. Also die Banken haben das Papiergeld nur einführen können, indem sie uns 280 Jahre lang vorgegaukelt haben, jederzeit wieder Goldmünzen dafür zu bekommen, bis 1970. Hätten sie das nicht durchgehalten so lange, hätten wir nie das Bankengeld akzeptiert. Wir würden heute noch unsere Könige schützen, und die würden immer noch Münzen herstellen, Gold, Silber, und das wäre unser Geld. Nur hätte das uns natürlich diese technische rasante Entwicklung im Industriezeitalter nicht ermöglicht. Wenn wir über Banken reden, müssen wir auch immer unterscheiden. Das war eine Folie, die haben wir immer alle Banken aus der Hand gerissen. Das ist übrigens unser Maskottchen für die Partei. In der Schweiz hat jede Partei einen Hund. Und wir werden unseren hier... Komm, mein Schatz. Sie müssen unterscheiden, die kleinen Banken außen, die kleinen Not... Also ihre Sparkasse, die machen eigentlich nichts Negatives. Die kann man auch nicht verurteilen, als irgendwelche das Volk niederdrücken wollen. Sie sind unter dem Druck der Großbanken, der großen Versicherungen, Pensionskassen, die da im inneren Kreis sind. Und das Geld, das sie rausgeben, durch den Zins fließt es automatisch immer wieder zurück ins Zentrum. Ich nenne es immer das Boomerang-System. Durch den Zins schmeißen... Also die Banken schmeißen ihnen Kredit raus und durch den Zins kommt das Geld automatisch zurück. Nach 20 Jahren in der Regel ist sämtliches Geld wieder an der Quelle. Und das verarmt uns ja, weil ja der Zins als Geld nie geschaffen wurde. Wir müssen nur uns konzentrieren auf das Zentrum. Die Geldschöpfung. Ich erkläre Ihnen eigentlich nur, wie man Geld aus dem Nichts schafft. Der Herr Hörmann macht das sehr gut. Er nennt es zwar ein bisschen kompliziert, ich nenne es viel einfacher. Ich nenne es einfach, die Geldschöpfung aus dem Nichts ist nichts anderes als intelligente Buchhaltung. Das, was ich Ihnen vorher, wie in diesem Schweizerischen Obligationenrecht, vorgesagt habe, ist hier schriftlich nochmals. So sieht das aus. Und ich bin dann dahinter gekommen, dass Regierungen und Staaten auch mit so einer intelligenten Wechsellösung nichts anfangen können, weil sie schon seit 100 Jahren von den Banken quasi so vergewaltigt wurden per Gesetz, dass die Banken, nee, der Staat nie eine Alternative akzeptieren kann. Es steht nämlich im Gesetz drin, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Wenn man das nicht kennt und als neue politische Kraft nicht dagegen etwas unternimmt, haben sie keine Chance, ein neues Geldsystem einzuführen. Dann gewinnen die Banken immer das Spiel, weil es steht ja im Gesetz, man muss mit Banken Geld, Steuern zahlen. Und wissen Sie, das System von Wörgl hat auch nur aus dem Grunde funktioniert, weil der Bürgermeister mit diesen Zettelchen gesagt hat, damit könnt ihr Steuern zahlen. Nur das war das Geheimnis von Wörgl. Alle anderen Geschichten sind frei erfunden. Wir müssen dann als Partei ein Gesetz ändern, das heißt, Steuern sind auch in Leistungswerte zu bezahlen. Nämlich, wenn wir die Geldschöpfung auf die Basis von Leistung stellen, ich habe einen neuen Prospekt kreiert, können Sie heute Abend alle mitnehmen, für diese neue Partei, die wir also Humanbewegung nennen. Und da steht eben drin, dass wir quasi mit Waren und Leistungskredit Geld schöpfen in Euroweg für Rechnungsdatenbanken es transferierbar machen. Also Geld muss geschöpft werden und transferierbar sein. Und der Zeitdruck muss eliminiert sein, das heisst der Zins. Und dann anstelle vom Zins wird eine Gebühr erhoben, nur für die Buchung. Damit finanziert sich das System und damit können wir die Banken in die Transformation schicken, sie als Wegzentralen umzukonfigurieren. Und auch die Mitarbeiter einer Bank habe ich hier natürlich nicht vernachlässigen wollen. Die sind natürlich dann herzlich eingeladen, sich umzuschulen in sogenannte Wegbegleiter. Den Begriff hat auch der Herr Hörmann übernommen aus meinem Buch. Und die Wegbegleitung ist eine zentrale Funktion. In Zukunft hochkomplexe, auch computergestützte neue Systeme den Menschen so nah einzubringen, dass keiner davor Angst haben braucht. Und dann haben wir also die Möglichkeit durch diese Humanbewegung, wie ich sie nenne, also das ist der Name der neuen politischen Bewegung, dass wir den Ausstieg aus dem Geldmangel schaffen. Da könnte man noch auch wieder eine, ich habe hier hinten drauf eine Volksinitiative formuliert, das ist der Verfassungsartikel 2 in der Schweiz, der schlägt nämlich immer schon vor, und zwar steht es schon immer drin seit 100 Jahren, dass die Eidgenossenschaft sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit. Chancengleichheit, wissen Sie, was das ist. Und Gerechtigkeit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn Sie das einem Bankdirektor sagen, lacht er und sagt, geht nicht, können wir nicht machen. Also er gibt eigentlich zu, dass das Bankensystem diesen Verfassungsartikel ignoriert, eigentlich streflichst ignoriert und eigentlich gar nicht lebbar macht, also verstößt das Bankensystem gegen den Verfassungsartikel 2. Und das, was Sie hier auf dem Tisch als Banken-in-die-Schranken-Initiative haben, das ist zwar ein halber Schritt in die Richtung, aber der ganze Schritt wäre, über diesen Artikel die Banken gleich zu verbieten, als Feinde der Verfassung. Das hat schon mal ein italienischer Richter versucht einzuklagen, also nicht versucht, er hat sie eingeklagt, hat vom obersten Gerichtshof in Rom Recht bekommen mit dem Aber. Ja, wo ist die Alternative? Das heißt, solange wir keine Alternative dem Richter, dem obersten Gericht, vorschlagen können, kann er die Banken nicht als Feinde der Verfassung verbieten. Wenn wir heute diese technisch mögliche Alternative für den Ausstieg aus dem Geldmangel anbieten können, kann jeder Richter per Verfassung auf dieses Gesetz sich beziehend die Banken verbieten. Warum ich Kristallwasser trinke oder Ihnen empfehle, hier lesen Sie es. Das habe ich ganz neu gefunden in einer amerikanischen Zeitung, im Internet zwar, also dass es einen Virus gibt. Die Amerikaner, respektive die Banken, auch mit Chemtrail sind sie ja bewandert, die lassen nichts aus, um uns unten zu halten, um uns dumm zu halten, um uns gegeneinander aufzuwiegeln, dass wir nicht solche solidarische Veranstaltungen machen. Und Sie werden Ihnen mit Sicherheit ausreden, einem Typ wie dem Klausner zu folgen. Das ist das Nächste, was Sie lesen und hören werden. Obwohl Sie und der Rest von der Bevölkerung, also 86% der Menschen, wollen eine neue Moral in der Politik. Moral, das Wort ist schon wieder schön für Herberei. Sie wollen einfach eine neue Politik. Und ich war an zwei Veranstaltungen von Frank Stroh nach, und die Leute haben ihn fast gebeten, die wären sogar auf die Knie gegangen, er sagt, bitte Herr Stroh nach, gründen Sie eine Partei, wir wählen nur noch Sie, wir wollen, dass es ändert. Aber dass Herr Stroh nach, auch mit seinem vielen Geld, nichts weiß zu ändern, obwohl seine Sekretärin aus Kanada mich mit einem einstündigen Telefonat ausgefragt hat, und sie hätte meine Webseite gelesen und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, Sie können bei mir nicht Bruchstücke kopieren, irgendwas rausnehmen, das ist eine schlüssige Theorie von A bis Z, entweder das ganze Programm oder vergessen Sie mich, ja. Sie hat mich dann vergessen, ja, weil Sie dachten, da können wir irgendwo was abstauben, ja. Und ich habe ihm Stroh nach auch gesagt, ich bin bereit, Ihnen ein Programm zu liefern, das Sie an die Spitze bringt, aber er wollte das nicht. Heute weiß ich auch warum. Vorher haben Sie alle aufgestreckt und gesagt, Sie sind bereit, das mitzutragen. Wenn ich sage, wir gründen morgen eine Partei, jeder zahlt 180 Euro, Sie haben es gesehen. Sie kriegen das Geld mit Zins und Zinseszinses, das wir zwar nicht mehr haben, aber Sie kriegen das Geld zurück. Schauen Sie mal, wie die Parteien sich schon selbst bedienen am Geld der Steuerzahler, ja. Die haben sich solche gigantische Honorare und Möglichkeiten der Finanzierung gegeben, dass diese 171 Millionen, stellen Sie sich mal vor, wir haben 50 Prozent der Sitze und kriegen die Hälfte, ja. Der Stroh nach hat 17 Millionen investiert, das war einfach dreimal zu wenig, wir brauchen etwa 50 Millionen, um in dieses Parteienklüngel hinein eine wirkliche Stoßkraft zu bringen und dieses System zu übernehmen. 50 Millionen Investment, 80 kommen zurück, macht 30 plus, sagt jeder Geschäftsmann, da mache ich mit. Also machen Sie alles rechenbar, es muss finanzierbar sein, es muss sich als Business-Konzept, muss es sich organisieren und tragen. Schauen Sie die österreichischen Parteien, wie viele Mitglieder die haben, das ist eigentlich gar nicht viel. Es sind drei bis fünf Prozent einer Bevölkerung sind in einer Partei, weil die Leute gar keine Lust haben, in eine Partei zu gehen, weil sie wissen, dass sie keine Stimme haben, keine Wahlen haben und es nichts bringt. Also, 240.000 bei der SPÖ, 700.000, das ist dann eine schön gefärbte Zahl, die man sieht. Und diese Zahlen, die sind relativ leicht zu erreichen, wenn man ein gutes Wirtschaftsprogramm hat. So, also mit diesen Zahlen habe ich kein Problem. Die deutschen Parteien sind genauso gut finanziert. Und diese Finanzgrundlage, man muss sie einfach kennen, verstehen Sie? Man muss Zahlenmensch sein. Wenn ich Vorträge halte und Sie können mich nachher fragen, was Sie wollen, also bitte nur über die Schweiz, über die österreichischen Zahlen bin ich nicht so bewandert, aber ich habe 20 Jahre lang immer die Nationalbank-Bilanz gelesen. Was glauben Sie, wie viele Leute die Nationalbank lesen? Also die Bilanzen, ja? Keine zehn Leute in der Schweiz, ja? Also diese Zahlen im Kopf muss man haben, dann kann man argumentieren und weiß genau, wo sind die Grenzen und wo kann man richtig handfeste Argumente bringen. Das hier sind solche Zahlen aus der Nationalbank-Bilanz. Diese Zahlen beweisen Ihnen, warum Ihnen das Geld fehlt. Weil die Banken mit unserer schlechten Kreditwürdigkeit uns gar kein Geld mehr geben können. Also Banken in die Schranken und diese Vollgeldinitiative sind genau in die falsche Richtung. Wenn die Banken nämlich überleben wollen, dann müssten sie den Geldhahn aufdrehen und müssten uns nämlich wesentlich mehr Geld geben, als sie uns in den letzten Jahren gegeben haben. Sie sehen, ich habe die Zahlen von 96, da habe ich begonnen. Und da oben steht, dass die Banken, wenn wir nur 4% Zinsen zahlen müssten, jedes Jahr die Kreditmenge um 40 Milliarden erhöhen müssten. Weil es hat noch nie jemand in den letzten 50 Jahren Kredite zurückbezahlt, sondern immer nur die Zinsen. Aber wenn das Geld für die Zinsen nicht mal geschaffen werden, wie wollen Sie dann Zinsen und Tilgung zahlen? Ja? Also nicht mal die Zinsen können Sie zahlen. Und nachdem Sie es 98 so langsam ein bisschen, da ging es noch einigermassen mit 90 Milliarden in zwei Jahren, das waren 45, da ging es uns noch gut. Sehen Sie, 2000 ging es uns schon nicht mehr so gut. Mit 55 Milliarden in zwei Jahren, das sind dann 27, haben uns schon 13 Milliarden gefehlt. Das heißt, es konnten 13 Milliarden nicht an Zinsen gezahlt werden, wodurch die Banken Kredite gekündigt haben, Fälle gestellt haben, Haus versteigert haben und Menschen und Firmen in den Ruin getrieben haben. Nur weil vorher nicht genug Zinsgeld in Umlauf gebracht wurde. 2008, die große Krise, da haben sie den Geldhänden sowieso zugedreht, da sind sie auf minus 5 Milliarden gekommen. Das heißt, die haben niemandem mehr Geld gegeben. Man hat ja gesagt, die Banken leihen sich ja nicht mal mehr untereinander Geld. Das wäre ja nicht mal so tragisch gewesen. Aber dass sie uns im Volk und in der Wirtschaft kein Geld gegeben haben, das war die Katastrophe. Und an der leiden wir heute. Und dann haben sie leicht begonnen, plus 5, aber nehmen Sie immer die Zahl, 40 hätten wir gebraucht und 5 haben wir gekriegt. Das ist nämlich der Vampir, das Zinssystem ist der Vampir, der sitzt auf ihrer Schulter, saugt oben, also saugt ihnen hier das Blut raus und tröpfelt oben mit einer Blutkonserve ein bisschen wieder was rein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Körper darunter tot ist. Und das sind die Zahlen dazu. Man muss also die Zahlen kennen, um hier genau sagen zu können, das Problem liegt nicht, dass die Banken Geld aus dem Nicht schaffen. Das Problem liegt darin, dass sie zu wenig Geld aus dem Nicht schaffen. Und das werfe ich Ihnen vor. Ich werfe nicht den Banken das vor, was der Hörmann macht, sie seien Geldfälscher oder irgendwelche Verbrecher, sondern sie erfüllen ihre volkswirtschaftliche Aufgabe nicht. Und die heisst, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Geldmenge zur Verfügung zu stellen und sie wieder aus dem Markt zu nehmen, wenn sie nicht gebraucht würde. Im Zinssystem braucht es natürlich immer mehr, das ist klar. Aber wir schlagen nachher ein System vor, wo man eben nur noch Buchungsgebühren verlangt. Damit ist der Zins mal eliminiert. Das Produkt Geld hat sich in Luft aufgelöst. Die Geldmenge kann stabil sein, respektiv die Wächst geht zurück, die Wächst geht zurück, immer so, wie die Ökonomie, die nicht durch den Leistungs- oder durch den Wachstumsdruck immer mehr produzieren muss. Sie kann auf einem sinnvollen Niveau sich stabilisieren und die ganze Weltbevölkerung mit genügend Nahrung, Kleidung, Häuser und allem versorgen, auch mit Energie. So, das kann man nur in einem nicht unter Zeitdruck stehenden, auf Buchungsgebühr basierenden Geldschöpfungs- und Geldvernichtungssystem. Und das ist das, was wir Ihnen vorschlagen. Das ist das, was Sie unter Weg oder Euroweg sich vorstellen müssen. Geldschöpfung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge. Und die automatische Vernichtung passiert durch die Verrechnungskonten. Jeder Buchhalter, dem ich das erkläre, versteht das sofort. Und dann passiert Folgendes. Die blaue Linie der Banken und die grüne Linie der Wirtschaft. Schauen Sie, das sind natürliche Feinde einer gut gehenden Wirtschaft, die Banken. Das wird natürlich unter den Tisch gehalten, das soll ja niemand so wortwörtlich zur Kenntnis nehmen. Die Banken leben nur gut, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Geht es der Wirtschaft gut, leben die Banken schlecht. Jetzt können Sie mal dreimal raten, wer der Stärkere ist, ja, also der an der Geldquelle ist eindeutig der Stärke. Also versucht der Banker, den mittleren Schnittpunkt dort ein bisschen hinzukriegen, aber wir haben ja gesehen, das schafft er nicht, weil er uns nicht diese Kredite geben kann, die er sollte. Und dadurch ist also quasi für den Banker eine Wirtschaft, die schlecht läuft, seine höchste Gewinnmarge. Das können Sie auch in den Statistikzahlen nachlesen. Läuft die Wirtschaft schlecht, haben die Banken die höchsten Gewinnraten und würde die Wirtschaft gut laufen, was sie seit über 20 Jahren nicht tut, obwohl sie es könnte, dann ginge es den Banken schlecht. Und da ja die Banken selber schon wissen, dass sie viele faule Kredite nie zurückbekommen, müssen die auf Teufel komm raus, die Wirtschaft niederhalten, damit die möglichst, na jetzt machen Sie das natürlich mit dem Staat, damit er möglichst viele Kredite und Schulden machen muss, Kredite aufnehmen, Schulden machen muss, damit wenigstens ein bisschen Kreditzinsen reinkommen, aber jetzt, weil sie den Markt schon so geflutet haben, bei den Regierungen, nicht im Volk, kriegen sie dort fast keinen Zins mehr. Also das ist eine Minusspirale, aus der sie gar nicht mehr rauskommen. Unser System macht aus diesen gegensätzlichen Kurven, die blaue Kurve ist nachher plötzlich parallel zur grünen Kurve. Nämlich, wenn das Bankensystem, das wir nachher als Wegzentralen betreiben, Welteinheitsgeldzentralen, Buchungszentralen, Marktsättigung, Verhinderungszentralen, die sind dann parallel, diese zwei Kurven, das heisst, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch unseren Wegzentralen gut. Also wir ziehen dann beide am gleichen Strick am gleichen Ende und heute haben wir ein Gegnersystem und das muss einfach dem Volk zuerst mal klar werden. Herrmann erzählt das immer mit der Bilanzverlängerung, ich habe ihm diese Kurven schon nächstes Mal erklärt und habe gesagt, erklär es doch so, ich hatte mal das Glück selber Buchhaltungslehrer spielen zu dürfen. Wenn Sie im Warensektor der Unternehmer ja wissen, Sie müssen Rechnungen schreiben, Sie kriegen Rechnungen, also Debitoren, Kreditoren heisst das und das definiert den sogenannten Warenkreislauf und der Warenkreislauf ist der, der uns den Wohlstand beschafft, nicht der Geldkreislauf. Und die Banken spielen hier diesen Geldkreislauf in einer Zeitverzögerung nach, damit sie möglichst viel Zinsen bekommen. Ja, also Sie blockieren bewusst den Güterkreislauf, damit wir immer Schulden machen müssen bei Ihnen, um Zwischenfinanzierungen zu bekommen und bei Ihnen Zinsen zahlen zu müssen. Und dieser Schattenkreislauf des Geldes hat selber mir ein Banker mal gesagt, Herr Klausner, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Und wo ich dieses Wort provisorische Buchhaltung gehört habe, wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ein Provisorium muss man irgendwann abschaffen. Ja, also wir schaffen dieses materielle, provisorische, buchhalterische Monopoly-Geld, sage ich dem, ja, schaffen wir ab. Indem wir, und jetzt sehen Sie es, diese Zeitverzögerung von 1 bis 6 Monate eliminieren, durch Online-Banking, und zwar dann, wenn der Unternehmer eine Rechnung schreibt an seinen Kunden, ist in der gleichen Sekunde auf seinem Konto ein Geldbetrag, nämlich der Euro-Wegbetrag, als Geltung meiner Leistung gebucht. Und dann wird die Geltung ihrer Leistung zur Deckung dieses jetzt, so in diesem Moment geschöpften Geldes, und dann gibt es diesen Monopoly-Geldkreis auch gar nicht mehr. In dem Sinn schaffen wir das Geld zwar ab, aber nur das Geld der Banken, und ersetzen es durch die Verrechnungskonten der Unternehmer. Der Euro als Maßeinheit bleibt, wir brauchen zur gerechten Messung unserer Leistungen, brauchen wir eine Wertskala. Und eine Währung ist nicht Geld. Und das Schöne ist, und darum wird das auch in Europa mit den deutschsprachenden Völkern erstmalig umgesetzt, weil wir diese zwei Begriffe Währung und Geld trennen. Die Amis, die kennen nur Money, ja, karen sie zwar auch noch, aber das verwenden sie nicht, und darum werden sie dort Schwierigkeiten haben im englischsprachenden Raum, können sie das nicht so gut erklären, wie ich es ihnen jetzt im deutschsprachenden Rahmen erklären kann. Dazu kommt noch eine geistige Dimension, warum die deutschen Völker diesen Auftrag haben, das Geldsystem dieses Planeten in Ordnung zu bringen. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Also sie werden bei uns erleben, dass wir diese zwei Kreisläufe untereinander deckungsgleich machen, und das ist das, was ich auch dem Hermann gesagt habe, das eliminiert die doppelte Buchhaltung, indem wir nicht mehr noch Monopoly spielen, sondern nur die Warenkreisläufe so verbuchen, dass sie als Ersatz des Geldes der Banken gleichzeitig die gesamte Wertschöpfung der Industrie, der Menschen, der Konsumenten, der Mitarbeiter immer wieder fährt und in dieser Höhe, dass sie immer Gewinn haben, festhalten. Und dann kommt das Wort Gewinn, bekommt das Wort Gewinn eine neue Dimension, das kommt nachher. Dieses Humanwirtschaftsbuch ist nicht nur das Buch für die gesättigten Märkte, sondern es verlangt eben, wie im OR die Banken für sich diesen gesetzlichen Gewinnschutz haben, es verlangt einen Gewinnschutz für uns alle. Gewinnschutz heisst in meiner Definition Freiheit, Einmaligkeit, Motivation. Also das Maß dafür. Der Gewinn in Leistung, nicht in Geld, nur noch in Warenbuchhaltungen, nicht in Bankbuchhaltungen, unterscheiden Sie das bitte, das müssen Sie ganz strikt trennen. Der Gewinn in einer Warenbuchhaltung ist nicht ein Verlust für den anderen, der es bezahlen muss, sondern er kriegt den Gewinn erhält, erhält eine Bestätigung seiner Einmaligkeit, seiner Freiheit und seiner Motivation. Und warum gibt es diesen Gewinnschutz noch nicht? Weil ja die Banken von unseren Schulden leben und nicht vom Gewinn, weil sie ja mit dem Gewinn gar nichts anfangen können. Darum haben die Banken Gewinnbesteuerung dem Staat auch roktriert und sagen, wenn einer zu viel Gewinn macht, weil er so ein einmaliges tolles Produkt hat, dann lieber Staat nimmt die Hälfte davon weg, damit er nachher wieder bei uns Schulden machen muss. Darum gibt es kein Gewinnschutzgesetz. Aber in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne automatisch nach Null, wenn wir keinen Gewinnschutz haben. Und wenn wir keinen Gewinnschutz haben, geht es uns mit dem Kommunismus. Die haben ja auch gesagt, Gewinn, das ist etwas Kapitalistisches, das muss man verbieten. Also, was haben sie dem Volk weggenommen? Die Freiheit, das Maß für Einmaligkeit und die Motivation. Und wenn man das uns auch wegnimmt, bricht unser System genauso zusammen. Und dass die Banken jetzt hier mitmachen und dass sie sehen, dass unser Wegsystem sich selbst finanziert und zwar wesentlich besser als das Zinssystem der Banken. Wenn Sie diese Grafiken hier vergleichen, links die Bank, die sucht sich einen Schuldner, kriegt für diesen Kreditvertrag im Jahr einmal sechs Prozent. Dann ist die Bank ja nicht interessiert, dass das Geld zehnmal den Besitzer wechselt, sondern Sie sagen, wir kriegen ja nur vom ersten Schuldner den Zins. Die anderen neun, die zahlen uns ja nichts. Also sind die Banken immer an der Blockade des Geldflusses interessiert. Darum sagen Sie immer das Geld gleich wieder auf die Bank und dort liegt es dann. Wenn wir eine sogenannte Umsatzgebühr, eine Buchungsgebühr verlangen, da sind wir ja interessiert, dass es sich möglichst schnell immer wieder von A nach B nach C bis zehnmal und jedes Mal bei der Buchen verdient unser Bankensystem fünf Prozent. Hier habe ich noch vier geschrieben, fünf ist die Zahl, die wir jetzt richtig einführen. Die Software ist dafür schon geschrieben und dann verdienen wir also wesentlich mehr, sehen Sie ja rechts, 400 zu 60 und mit dieser Grafik möchte ich den Banken erklären, euer System ist auch kein gutes Business Modell, also das könnt ihr jetzt langsam vergessen, ihr müsst Buchungsgebühren verlangen, das tun sie langsam schon, die Banken sehen nicht so blöd, dass sie das nicht schon kapiert haben, dass man mit Buchungsgebühren mehr verdient, als mit dem Zins, der ja heute fast auf Null ist, und jetzt müsste man aber dazu die passende Theorie haben und dann funktioniert unser System wieder. So, das war schon mal die Kurzversion meiner Euro-Welt und Humanwirtschaftstheorie, ich stehe also wie gesagt zu Fragen zur Verfügung, habe ich meine Zeit gut eingehalten, dann danke ich Ihnen. Merci. Ja, lieber Hans-Jürgen, ich danke dir für die, also das ist sehr spannende Geschichte, denke ich, mal wirklich eine echte Alternative zu den Dingen, die man kennt, das fühlt sich auch alles sehr schlüssig an, und wen das interessiert, der sollte sich sicher mal auch auf einer Seite oder eurer Seite schlau machen. Bitte die Internetadresse bekannt geben. Ja, genau, die habe ich vergessen. Die Webseite ist nach wie vor aktuell, ist aber schon fünf Jahre alt, nicht, oder sogar acht Jahre alt, www.crediti.at K-R-E-D-I-T-I-E, also Crediti, und die ist folgendermassen entstanden, ich habe gesagt, wir brauchen ein System zwischen Kapitalismus und Kommunismus, ja, ein Mittelweg, der die Vorteile beider Systeme integriert und die Nachteile weglässt, und da ich ja ein neues Kreditsystem auf Unternehmerbasis, also Warenkredit vorschlage, ist mir dann logischerweise das Wort Kreditismus eingefallen und da haben in meiner Organisation die meisten, vor allem Damen, gesagt, lass den Ismus weg, dann bleib nur Krediti übrig und dann definieren wir es aber so, die Wirtschaftsform nennen wir trotzdem Kreditismus, aber die politische Umsetzung nennen wir Krediti, aber auch dieses Wort lasse ich jetzt in Zukunft weg, aber dummerweise ist die Webseite schon sieben, acht Jahre alt, wo ich das geschrieben habe und darum nennt sie sich im Moment noch Krediti.at, aber ich werde sie auf Systemwechsel Partei umbenennen, komplett auf Systemwechsel. Ich will den Leuten Klartext erklären und sagen, wir haben das Programm, wir haben die Finanzen, wir haben die richtigen Leute, also in einem Monat starten wir mit dieser Partei, also sie sind herzlich eingeladen am 13.12.2014 in Gmünd in unserer neuen Wegzentrale, die uns gehört, ja, mit uns und es werden sicher 50, 70 Leute da sein, diese Humanwirtschaftsbewegung, also Humanbewegung zu gründen und dann geht's los. Und von dann an heißt die Seite dann auch anders. und da sind die die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, Vielen Dank.